Musik Damit man entspannt lernen und lehren kann, muss die Unterrichtsverpflichtung so sein, dass man seine Arbeit schafft. Weniger Pflichtstunden heißt auch mehr Qualität im Unterricht. Runter mit den Stunden, dann kommen auch die Menschen nach Berlin zum Arbeiten. Wenn Berlin gute Lehrkräfte haben will, die guten Unterricht machen und gute Pädagoginnen und Pädagogen, dann muss die Belastung sinken. Musik Na, früher gab es 21 Pflichtstunden, wir haben ganze fünf Stunden mehr und natürlich wollen wir gerne wieder zurück. Musik Klar Musik 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 Winnegast mehr.